Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Haarausfall, Licht ist Haar, du gehst nicht mehr zum Sport, du hast Depression, dir geht es nicht gut und jetzt sagst du, warum soll ich auf diesen Arsch hören, der da vor YouTube sitzt und mich voll labert mit seinen Problemen, aber das waren mal meine Probleme, jetzt sind es nicht mehr meine Probleme. Wir gehen in eine Bar, wir sitzen hier und ich zeige dir, wie du dein Haus vollendlich, endlich in den Griff bekommst. Abonnier meinen Kanal, mach die Glocke an, ich weiß, wie du dich fühlst, ich weiß, es geht dir schlecht und das Fakt weiß ich vom ganzen Herzen. Klick dich auf meinen Kanal durch, guck dir die Videos an, ich hatte so lange Haarausfall und jetzt sitze ich hier mit dieser Matte auf dem Kopf und erzähle dir, wie du deinen Haarausfall in den Griff bekommst. Kommen meine Familie, kommen mein Team, klick auf Abonnieren, mach die Glocke an, verpasst kein Video von mir und ich sage dir in einem Jahr, lachen wir beide über die Haare, die du hattest. Es kostet dich nicht einfällig, ich will dir nichts verkaufen, habe ich keinen Bock drauf, ich bin normaler Mensch und ich möchte nur den Leuten helfen, die, die wo ich nicht hatte, die Menschen, die ich nicht hatte und ich möchte euch das geben. Klickt auf meinen Kanal, klickt euch durch. Dankeschön, Freunde.